hallo ihr lieben und wie versprochen habe ich diese woche unsere kronen box hier bereit gestellt und ja wir schauen uns sie einfach mal an wie sie von außen aussieht das habe ich im letzten video irgendwie vergessen zu machen weil ich so aufgeregt war ich habe nicht wirklich eine ansicht gegeben von der box also ich habe immer mal grodan dann an den seiten einmal noch mal grodan und ja den rest solltet ihr erkennen dann schauen wir uns unsere promo karte an na gut den code könnt ihr haben und ja focus wie gesagt ich finde die kronen karte ist die promo karte von grodan ist besser gelungen als die von kyogre meine meinung nach dann schauen wir mal was für booster wir haben und mal schauen ob wir auch so viel glück haben wie in der den box von kyogre einmal hartgold so ist über triumph zu einer brutto schock einmal fliege feiste so dann haben wir hier erst mal einen schlumpf ein ilumise war blue mach holo schuppet liebes kurs ganz viele ich kognito ein al polo oh cool die reverse ist eine rare und zwar ein entoron nummer 22 und da drunter haben wir ein holo nido king das ist doch mal schick zwei rares das ist doch mal cool endlich mal ein hartgold und soul silver booster was nicht ganz so schlecht dass ich mal letzte mal mir eine prime das ist natürlich auch nicht nicht schlecht karte vom hartgold und so silber booster so das war jetzt so fliegende fäuste was ich hier aufgerissen habe so fangen wir an mit einem pikachu rummelz petzi nagelotz evoli in energie umschalter kampf reporter jungen und das ist ein kopfensort und so ein elivoltek ist ein holo elivoltek aber eine ganz normale wird es das kluft hensa gut dann haben wir noch zu einer protoshock leipzig schluss und wir fangen mit einem da kommt die ex karte dabei fokus der kabor grammocles meditil rotomorf knilz tentacher half art ein wie braver professor wirks beobachtung reverse ist ein pandir und da drunter oh mein gott oh mein gott ist das cool schon wieder eine full art trainer karte diesmal marx baldrick also ja ich hab echt glück mit den hin boxen das ist jetzt das zweite mal dass ich in einer box eine full art trainer karte habe und zwar hatten wir die kürzchen box einmal senior und junior wie ihr vielleicht wirst jetzt haben wir die ehre hier marx baldrick begrüßen zu dürfen sehr cool und mal schauen rodon was tolles für uns bereit hält ich finde es natürlich sehr geil dann wärst du nämlich um auch noch um längen besser als um als unsere kürzchen box so letztes booster für diese woche kommt schon fokus also volk also volk nasknet pandir hydropi rampi ein nido queen morabel scoppel half art reverse ist ein sumpex sehr schön unter drunter trommelwirbel jetzt bitte kürzchen nein es ist ein rare und zwar ein kyogre naja es ist definitiv nicht schlecht aber äh highlight ist definitiv marx baldrick hier ähm das war es auch schon für diese woche ich bedanke mich fürs zuschauen und äh wenn ihr mögt sehen wir uns nächste woche wieder mit zwei openings oder einem opening je nachdem wie ihr das bevorzugt also habt noch eine schöne restwoche und bis dann zum nächsten Mal